Und ich muss sagen, die Dialoge in dem Spiel sind wirklich weltbewegend. Auf jeden Fall. Da kann sich Hollywood sogar eine Scheibe dran abschneiden. Und die Musik ist klasse. Ja, danke. Ich wollte nur die Kirsche einsauen. Jo, ich hab da nur noch halb so viel Leben wie du. Und du hast sie genommen. Ein verfressender Dreckshöhter. Ja, ha! Oh nein! Oh, jetzt anneh ich mich hier dran. Oh nein. Oh nein. In solchen Momenten finde ich es echt schade. Äh, ich weiß es nicht mehr. Wollt es nicht hergehen? Ja, was ich eben sagen wollte. In solchen Momenten finde ich es schade, dass ich dich nicht in solche Kugeln schieben kann. So, ich gehe rechts rum. Äh, ja. Hallo? Sehr nett. Oh ja, du hast mich gerettet, dank dem Schlüssel. Geh rein! Ich drück mal den falschen Knopf. Oh, die Kerze. Nein! Zuart! Sicher, dass es zu weit ist und nichts Wuppe? Oh, hilf mir! Eine Mischung was beiden. Bäm! Damit es klar ist. Ey, komm mal her, du Sau, du bist fiechig. Ich war irgendwo, ist ja nicht nach links gegangen. Das sieht aus. Willst du die Kerze? Ja, ich nehme die Kerze. Ich habe die schon immer gerne genommen. Okay. Jetzt möchte ich mal Pismos für der Smaragd. Und es hat jetzt nichts gebracht. Geh einfach weiter, lass dich nicht stören. Es ist auch gar nicht nervig, das Klingel. Ich finde das beruhigend. Ja, auf jeden Fall. Waaaaaah! Oh nein! Ja, Klingel! Klingel, ich weiß. Echt lustig. Du schaffst es! Du schaffst es! Jetzt gehe ich rein. Oh, die Geister sind so hässlich, ey. Wieso? Und du warst so aus wie deine Ex? Oh ja. Hart, aber herzlich. Du hast da was am Kopf. Hä? Gibst du ein Geheim? Ja, du hast da was am Kopf. Kannst mich mal. Jetzt Hose runter. Ja, ha ha ha. Was hast du davon? Hilf mir! Ich bin so schnell. Ich lasse dir nicht die Chance zum Gegenangriff. Du schaffst es! Verdammt, hätte ich mal gewartet. Nein, nein, danke schön. Oh, da ist nur Rüstung. Waaaaaah! Die Hände mit den Rüchis Menschen. Waaaaaah! So eine Assi bist du. Ja, ne? Hat nichts im Kopf. Willst du den Haken oder das Licht? Ich malt das Licht. Eigentlich brauchen wir die Lampe gar nicht, oder? Äh, die Glocke meine ich. Nee, die Glocke nicht, aber... Ah, verdammt! Du Schwein! Oh. Yeah! Ja, du hast die Lampe, ich komm mal hinter dir her. Okay. Also die Kerze. Das ist noch eine, aber ich glaub eine reicht. Ja, eine reicht. Sackgasse. Schaufel! Soll ich die schon mal mitnehmen, oder? Für draußen? Ja, ich nehm eine auch schon mit. Ich glaub, das Labyrinth ist nicht gerade schwer. Äh, ja. Wenn man keine Orientierung wie ein Zorro hat. Oh ja, oder wie Piccolo. Jetzt kommt es. Ich fang hier unten an. Okay, ich fang oben an. Aber man muss auch genau, Pixel genau da stehen, ne? Ja. Aber wir kreiden uns sofort alles, ne? Ja, sicher. Hoffentlich krieg ich die größte aus, Leute. Ja, klar, die kannst du auch gebrauchen, bis zum so langsam, bis vor allem getroffen. Ja, das erinnert mich echt an damals, wie wir dreimal hier gebuddelt haben. Ja. Und das Level dann einfach mal ne Stunde gedauert hat. In der Zeit, in der wir hier gebuddelt haben, hätten wir eigentlich das ganze Level durchhaben können. Oh ja. Aber wenigstens findet man hier ordentlich was. Oh ja. Auch wenn ich immer nur Kirschen, Bananen kriege und du Diamanten und so ganzes Zeugs. Ja, dafür bist du schneller. Das bringt mir nichts, wenn du das Lack hast. Ja, das Glück ist mit dem Doofen, deswegen bin ich auch Goofy. Genau, und ich bin Wexchen. Oh, Goofy, ey. Riege ich mich nicht auf. Guck mal, da hast du schon viel rein. Ich hab grad die dritte. Das ist ja eine magerere Ausbeute. Holen wir uns erst die Sachen wieder, oder? Ja. Okay. Dieser Zwang, etwas auszupudeln. Ah, ich hab die Kirschlokke gekriegt. Ach so, schade. Ich wollte mich grad freuen, dass du sie nicht fährst. Ja, das ist Vaterliebe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meins abgelegt hab. Also hier hab ich die Kerze. Hier, oder? Gut, weiter geht's. Pädow. Warte, ich tötte den eben. Oh, der Macher. So. Habt ihr den Arsch gerettet? Merkt ihr das gefährlichst? Nee, ich hab deinen Arsch gerettet. Wo denn? Mist, es ist an ihm. Ja, viel Spaß, ne? Du bist ja auch so schnell. Oh. Ah! Ahaha! Guck mal, guck mal! Ja! Oh, scheiße, ich weiß, was kommt, ey. Oh, echt? Verdammt, genau. Das hätte ja klappen können. Ah! Ich sterbe gleich, sehe ich gerade. Bleibt ihr auch mal irgendwann stehen? Ja, verfolgt mich ruhig. Kein Problem. Genau, verfolgt den Altma. Nimmst du das Brett mit? Da ist ein Geheingang. Ja, da müssen wir auch her. Du hast ja wohl ein Brett vom Kopf. Ja, und nicht nur eins. Oh, nein! Da war eine Banane. Ja. Willst du mal eine Banane? Nee. Ich weiß bis heute nicht, wofür der grüne Diamant gut ist. Es bringt ja nichts Sinn, einen zu sammeln. Nee. Ist unnötig. Genau. Ich mach die Kanone schon. Ja, ich muss mich ja auf die Kugel konzentrieren. Du stehst da voll in der Gegend rum. Hey! Oh, hätte ich die Arme mal oben gelassen, ey. Kannst du es dir auch nicht verkneifen. Nee, nicht einmal. Teamwork. Ja, komm. Hast du das Brett hier? Hast du bei mir ein Stein im Brett? Das finde ich toll, Papi. Hat keiner gesehen. Ich hab es gesehen. Ich hab es genossen. Oh, das war der falsche Kopf. Warte, ich werde... Schimmer ihm eine. Schlag ihn, friss ihn, mach ihn tot. Nimmst du den Schlüssel ja, ne? Ja. Du hast wohl gedacht, ich schmeiß dich an die Bier, ne? Ja, klar, ich kenne dich doch. Oh, scheiße. Tja, gut. Okay, da ist es vom Vorteil, wenn man schnell ist. So, von den Maps her erinnert mich das ein bisschen an gute alte 2D Zelda Dungeons. Ja, ne? Das Level-Design passt ja auch. Aber zum Glück nicht mit so vielen Rätseln. Das würde ich hier nur verzweifeln. Ja. Du verzweifelst ja schon an dem ersten Rätsel im Spiel. Warte, ich nimm den. Okay. Ne, 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 ne. Eine geime Notiz. Bodenschalter, drücke die Schalter in der richtigen Reihenfolge. Ach ja, herrlich. Wo hast du Schalter? Hier sind, glaube ich, keine. Ach, so im nächsten Raum, ne? Ich glaube... Ja, genau. Oh, nein. Kennst du die Reihenfolge noch? Ähm... Geh mal oben links. Nee, jetzt herrlich. Ja. Soll ich oder? Ja, oder nimmst du den Schlüssel? Waa! Waa! Oh. Warte, geh mal oben drauf. Ja, ich hab mal amtsvolle Rüstung. Was, das geht mal oben? Jetzt um links. Sehr gut. Waa! Komm, naja, komm, naja, komm, naja. Komm, naja, komm, naja, komm, naja. Warte, gehen, ja, ne? Warte kurz. Ach, ich kann man da ganz töten. Wusste ich auch nicht mehr. Oh, den Dick musst du erst kalt machen. Okay. Ja, gut, dass die anderen sich jetzt davor stellen. Waa! Der wirft, der... Ja, toll. Mach um links. Genau, pimpel du die alle in die Ecke. Mann, die anderen sollen das nicht? Ja, das fehlt nichts. Dann gehen wir auch schneller raus! Scheiße! Ja, macht das Spaß. Ja, toll, macht das Spaß. Du, blöd Mann. Mach oben nichts. Ich weiß schon nicht mehr, wie reinfolgt. Warte, den zuletzt! Ja. Verpisst euch! Schnell weg hier. So. Ja, tun wir mal jetzt die Klingel, das wäre vom Vorteil. Aber hier, die kommt zu mir. Jetzt oder nie. Stirb! Da braucht es zwei! Lauf schnell durch! Ich halte den Roten hier fest. Okay. Direkt vom nächsten Schlüssel, super. Warte? Ja, sack ruhig ein. Ja, ich habe auch noch am wenigsten Leben, ey. Toll. Warte, ich mache einen Weg. Ja, und dann hol dir eben den Haken von oben wieder. Dann nehme ich gleich wieder den Schlüssel. Ach so, okay. Das ist gut. Wer erwartet, dass es jetzt nach oben geht? Da war eben eine Kirsche. Sehr nett von dir auf jeden Fall. Ich bin nicht runtergefallen, hast du das gesehen? Sehr gut, ich bin ja 100 Mal runtergefallen, kennst du mir da. Ich wollte gerade fragen, ob ich den haben kann. Ach so, okay, ich achte ja ab jetzt darauf. Ich verspreche es dir aber nicht. Ich muss da wieder so ein Scheiter rüberziehen. Ja, drück dir mal runter. Oh, tut mir leid, Bro. Dann nimmst du gleich eine Kerze und ich nehme die Kerze, ne? Äh, ja, soll ich die Kerze schon mal nehmen? Ja. Dann mache ich hier schon mal auf. Und dann reicht es, wenn ich durch die Tür gehe, dann brauchst du dich ja nicht durchquälen. Goofy ist ja sowieso nicht die hellste Kerze auf der Porte, also. Genau. Gucken, ob ich hier irgendwas finde. Oh ja, klar. Ich brauche sie auch nicht. Ey, cool. Oh, hier ist ein Gegner. Wahaha! So ein Penner, ey. Oh, wie hell ich bin. Ich bin voll Sonnenlicht, ey. Wuhu, hilf! WAA! Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe nichts zum Werfen. Wuhu, nein! Oh! Oh, er ist tot. Ich nehm die hier. Volle Kanonen. Wacha! Oh, ja! Genki-Dama! Kamehame! Oh, yeah! Wuhu! 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 Der hat mir voll so einen Kug gegen die Fresse gebrochen. Ja, das kriegt er gleich alles wieder. Oh nein, warum hab ich... Wuhu! Hier ist ein Rubin, hol ihn dir. Oh oh. Diesmal denke ich an dich. Ich komme nicht weg, töt ihn, töt ihn. Danke. Jetzt hol ihn dir. Dafür hole ich mir den Schlüssel. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Ja, mach euch weiter. Ich brauche auch nicht ewig dadurch. Wuhu! Ah! Nein, okay, ich auf. Ich habe mich darauf vorbereitet, weiter stoffern zu schreien. Oh scheiße, schnell! Ich habe den Schlüssel! Nein! Oh nein! Ich halte sie auf! Jetzt kommen sie. Ja, endlich. Der geilste Bossfight überhaupt. Welchen willst du dir gefallen? Ich nehme den roten. Okay. Na, muhuhuhu! Wer ist denn da? Na, muhuhuhu! Wer kommt uns denn da besuchen? Willst du etwa mit uns spielen? Kein Problem! Das Spiel heißt Lauf um dein Leben! Ehehehehehe! Idiot! Ja, laufen wir mal auf die Sonne. Ach, wir müssen ja erst aufheben, ne? Richtig. Wir sollten versuchen, nicht getroffen zu werden. Ehm! Oh. Ich wurde nicht getroffen. Das habe ich gesehen. Das habe ich nur zum Rückwärtsalto gemacht. Verdammt! Verdammt! Nein! Oh Mann! Wir sollten noch ein bisschen besser aufpassen, oder? Ich passe ja auf. Ich kann ja nichts dafür, wenn du nicht aufpasst. Huh! Ja komm, spring doch! Jetzt springt er! Jetzt wo ich ihn abwerfe. Ja, ich mach mal... Oh scheiße! Meiner ist ganz schön kopflos. Ja, ne? Meiner ist ziemlich unterernährt. Hallo? Wirft aber was! Ja, das sieht aus, ey! Oh! Das ist ja wie beim Telefondienst. Bitte warten! Bitte warten! Bitte warten! Bitte warten! Es ist ja wie beim Telefondienst. Bitte warten Sie! Unser nächster Mitarbeiter ist gleich für Sie zuhause! Ja, klar! Ja, Goofy macht sich gerade den Foul Lady! Ja! Natürlich, er explodiert wieder! Komm schon, du blödes Rindvieh! Wie viel brauche er einen oder zwei Treffer noch? Ich weiß es nicht! Komm, jetzt bitte nur noch einen! Ah, das gibt es nicht, ey! Boah! Lauf! So, jetzt oder nie? Also nie! Das hast du super gemacht! Zum Glück komm ich jetzt wieder! Mhm! Ich hab die Welt gerettet! Was denn? Ich dachte, du machst das so... Ach so! Hast du das Passwort gemerkt? Ich nehm mich nicht! Ich auch nicht! Peter? Ist das ja seltsam! Die scheinen mich für ihren Köpten zu halten! Psst! Sie dürfen uns nicht hören, Fatty! Tina! Bring mir mehr Essen! So ein Aufenthalt im Bauch! Alles weil es macht Hunger! Boah, ich kann das gar nicht richtig lesen! Boah, ich kann das nicht allein! Alles weil es ist, wie wir es nicht mehr so haben!